Wenn du aber jetzt ein Problem nacheinander hinterrücks auf dich zukommst, Bine, dann hängst du nicht bloß einmal den Kopf zu benutzen, dann musst du ein bisschen mehr bringen, gell? Egal was du tust, Bine, tu es mit der notwendigen Portion Liebe. Ist du links? Özil! 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 Verdisten! Wenn ich jetzt die ganzen Körper in das Vakuum stellen will, dann muss ich nichts anderes tun, als die Wurfhöhe etwas variieren. Wenn ich jetzt die Wurfrichtung verändern will, dann muss ich nur so einfach aufhören, einfach nur aufhören und einfach nur aufhören. Und einfach nur aufhören und einfach nur aufhören. Wuuuuuuu! Egal! 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 Wenn ich jetzt bis drei gezählt habe, wäre Aline, dann möchte ich dich bitten, all deine Energie in den Augen zu konzentrieren, sozusagen fromse Toast, tue se Hells, russi Eis, tue se Diabolo. Und dadurch wird nämlich etwas ausgelöst, was die Fachleute den sogenannten Antigravitationsblick nennen. Blau. Aline, eins. Arturo Blau. Zwei. Und jetzt kommt gleich drei Aline, Achtung, und Antigravitationsblick, was ist ein Antigravitationsblick, ein Trittor Antigravitationsblick. Wahnsinn, so viel Energie hätte ich da. Also, dann haben wir noch mal, wunderbar. Das ist die Steffi. Aua. Das tut es. Deppeln. Um Gottes Wille. Gottes Wille. Ich ahne fürchterliches. Ja. Das war's jetzt. Oh. Ja. Das war's jetzt. Ichahe. Ichahe. Der Volker dasselbe Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.